Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum Überraschungsorakel. Ja, ganz spontan kommt dieses Überraschungsorakel anstatt morgen schon heute. Normalerweise ist ja Freitag immer das Überraschungsorakel dran, aber ich werde dieses Überraschungsorakel eben heute machen und einstellen, da morgen zu viele private Beratungen sind, da schaffe ich es zeitlich einfach nicht, das Überraschungsorakel zu drehen, denn viele von euch haben jetzt meine WhatsApp-Aktion genutzt oder nutzen sie weiterhin. Die WhatsApp-Aktion ist ja noch gültig, wo ich eben gesagt habe, dass jetzt die WhatsApp-Beratung oder die WhatsApp-Legung 5 Euro statt 10 Euro kostet, weil ich ja ab kommenden Samstag bis 19. August auf Urlaub bin. Und da nutzen jetzt natürlich sehr, sehr viele die WhatsApp-Aktion. Das heißt, für alle, die es noch nicht wissen, gibt es jetzt die WhatsApp-Legung um 5 Euro statt 10 Euro und für alle, die per Paypal gleich bezahlen, bekommen die Legung noch bis morgen. Alle, die bestellen und per Paypal zahlen, damit das eben gleich auf meinem Paypal-Konto ist, bekommen bis morgen ihre Legung. Wichtig ist aber, dass morgen bis 13.30 Uhr mache ich noch die Legungen. Alle Bestellungen und Buchungen, die dann eben danach eben auch eingehen, werden nach meinem Urlaub gemacht. Dasselbe gilt auch für all diejenigen, die per Banküberweisung bezahlen. Denn da muss man natürlich den Bankweg einrechnen und das geht sich dann natürlich vor meinem Urlaub nicht mehr aus. Du kannst aber jetzt WhatsApp-Legungen buchen. Wenn du jetzt auch keine Fragen hast, kannst du natürlich auch die WhatsApp-Legungen aufbehalten. Du kannst ja jetzt diese Aktion nutzen, um eben hier für deine Legungen nur 5 Euro zu bezahlen, statt 10 Euro und du hebst einfach diese Fragen auf. Du bist jetzt nicht gezwungen, gleich diese Fragen zu stellen. Du kannst einfach hier jetzt die Aktion nutzen, dass du sagst, weiß ich nicht, du kaufst jetzt einfach mal 4 WhatsApp-Legungen und hebst sie einfach auch auf. Das nutzen nämlich sehr, sehr viele und das freut mich nämlich ganz besonders. Und weil ich eben sehr viele WhatsApp-Legungen vor allem morgen noch habe, schaffe ich es morgen einfach nicht, das allgemeine Überraschungsorakel zu drehen. Deswegen kommt es schon heute. Und heute kommt wieder mal eine ganz, ganz tolle Legung. Diese Legung ist auch in meinem Buch drinnen für meine Karten True of Feelings. Das ist nämlich mein Legesystem. Und das habe ich mir für heute eben überlegt, dass ich das eben gerne wieder mal für euch mache. Und weil das vor allem bei euch in der letzten Zeit sehr, sehr gerne auch als Videoberatung gebucht wurde. Und deswegen mache ich das eben jetzt als allgemeine Legung. Diese Legung nennt sich du und ich klare Sicht der große Liebesblick. Da schauen wir auf die Gedanken deines Gegenübers, auf die Gefühle, was er sich oder sie sich von dir wünscht, was denn sein oder ihr nächster Schritt sein wird und wie es denn bei euch beiden weitergeht. Und jetzt auch, da mein Buch jetzt bald von der Druckerei kommt, also es wird mir für diese Woche noch versprochen. Ich hoffe, das geht jetzt dann auch wirklich sehr schnell, nur jetzt ist momentan die Ferienzeit. Da muss man halt ein bisschen länger warten. Und ja, zum Einführungspreis sozusagen oder ja, als Anlass sagen wir so, dass eben diese Legung jetzt auch in meinem Buch sein wird oder eigentlich eh schon ist. Ich warte nur noch auf die Bücher, bis sie von der Druckerei kommen. Mache ich diese Legung jetzt zum Sonderpreis. Und zwar bekommst du jetzt noch für die nächsten Tage diese Legung als Videoberatung. Normalerweise kostet diese Legung bei mir per Video 40 Euro. Und jetzt mache ich aber hier einen Sonderpreis um 30 Euro das Video. Und das Mail kostet normalerweise 20 Euro und wird jetzt um 15 Euro zu haben sein. Wie lange diese Aktion jetzt gilt, weiß ich noch nicht. Ich werde den richtigen Impuls haben, dass ich dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist genug, ja, mit dieser Aktion wird diese Aktion dann auch von meiner Website kommen. Und es gilt wieder der Normalpreis. Ja, also wenn du diese Legung gerne für dich nutzen möchtest, für dich persönlich, denn das ist nämlich hier eine allgemeine Legung, das kann nicht auf jeden zutreffen, dann nutze eben jetzt die Möglichkeit, genau diese Legung für dich persönlich, für dich und deinen Partner, für dich und deinen Wunschpartner zu buchen. Ja, da werden die gängigsten Fragen beantwortet, Gedanken, Gefühle, was wünscht er oder sie sich, sein oder ihr nächster Schritt und vor allem, und das ist immer auch die meistgestellte Frage, wie es denn weitergeht und das in einer Legung sozusagen. Und das gibt es eben jetzt zum Sonderpreis. Bitte auch beachten die Wartezeit, die steht auch auf meiner Website. Und bitte auch für alle, die per Banküberweisung bezahlen, gibt es jetzt neu auf meiner Website die Kategorie, wie du bezahlen kannst. Ja, da gibt es einen Partner, wie du bezahlen kannst und da findest du auch meine Banküberweisung. Das heißt, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, hast du die Möglichkeit, diese Legung dann auch gleich zu bezahlen. Denn normalerweise ist es ja so, wenn du per Banküberweisung bezahlst, bekommst du die Rechnung von mir und dann überweist du, ja, mit den Bankdaten. Und da ich ja jetzt auf Urlaub bin und ich dir natürlich die Rechnung dann auch nicht schreiben kann, gibt es diesen Button, wo du meine Bankverbindung findest. Bitte auch den Namen dazu schreiben, ja, im Verwendungszweck, damit ich das auch zuordnen kann. Du findest aber auf der Website alle notwendigen Informationen, die ich brauche, ja, damit du das gleich eben überweisen kannst und nicht warten musst, bis ich vom Urlaub zurückkomme, die die Rechnung sende. Du kannst es ganz normal per Bank überweisen und nach meinem Urlaub, weil wir sind ja alle selbstständig, sind rechnungslegungspflichtig, bekommst du nach meinem Urlaub deine Rechnung, ja, damit du einfach jetzt auch weißt, dass das eben so dann möglich sein wird. Ja, und damit eben die Wartezeit eben nicht so hoch dann sein wird, ja, oder über die Wartezeit hinausgeht, kannst du eben dann, findest du meine Bankdaten, kannst du ganz normal überweisen, das kommt dann natürlich auch auf mein Konto und dann gilt natürlich diese Wartezeit. Ja, das ist mal diese wichtige Information für alle, die per Banküberweisung bezahlen, aber die, also 80 Prozent sind eigentlich eh, die per PayPal zahlen, dann fällt das ja aus, denn da hast du dann eh die Informationen und das wird dann sowieso von deinem PayPal-Konto gleich abgezogen. Ja, also das ist nochmal die wichtige Information für alle, die per Banküberweisung bezahlen. So, das war jetzt einfach wichtig, das auch zu erwähnen und ich beginne jetzt einfach mal mit der Legung und die Legung habe ich euch schon erklärt, wie sie aufgebaut ist und heute arbeite ich ausschließlich jetzt für die Hauptlegung mit meinen Karten True of Feelings 1 und 2. Die habe ich zusammen gemischt, denn es war euer großes Anliegen, weil ich ja das 1er rausnehmen wollte und nur noch das 2er anbieten. Ihr wolltet das 1er einfach wieder haben und so habe ich mir gedacht, ich mische das jetzt einfach, weil das auch euer Vorschlag war und damit ist die Hauptlegung und zum Schluss bekommen wir noch eine Botschaft von Amor. Ja, ich hoffe, dass viele mit dieser Legung in Resonanz gehen und ich beginne jetzt einfach mal mit den Gedanken deines Gegenübers und da haben wir zum einen, man möchte die Gefühle nicht wahrnehmen, man wehrt sich dagegen, also das ist ja in der Gedankenebene deines Gegenübers. Das heißt, deinem Gegenüber ist es einfach bewusst, dass man hier Gefühle nicht wahrnimmt und sich einfach auch gegen Gefühle wehrt. Dann haben wir, die Liebe gibt Kraft und Energie, das ist auch in der bewussten Ebene, man ist verliebt und zufrieden, also das ist sehr, sehr schön. Das heißt, deinem Gegenüber ist es bewusst, dass diese Liebe, diese Verbindung zwischen euch, euch Kraft und Energie oder deinem Gegenüber Kraft und Energie gibt, dein Gegenüber weiß, dass er oder sie verliebt ist, aber man möchte das einfach nicht wahrhaben und das weiß dein Gegenüber und das finde ich gut. Ja, wenn das in der unterbewussten Ebene wäre, ist es schwierig, ja, aber in der bewussten Ebene finde ich das sehr, sehr gut. Das heißt, dein Gegenüber weiß eigentlich, was Sache ist, dein Gegenüber weiß, dass Gefühle da sind, dein Gegenüber weiß, dass er oder sie verliebt ist, aber dass man sich einfach hier dagegen wehrt. Und alles, was einem bewusst ist, kann man auch verändern. Ja, also das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Start. Schauen wir mal die Gefühlsebene an, was denn das Herz sagt. Man entscheidet sich für die Liebe, eine Herzensentscheidung treffen, also auch das Herz deines Gegenübers sagt, jetzt entscheide dich doch endlich, triff jetzt endlich die Herzensentscheidung. Du weißt ja eigentlich vom Kopf, dass du verliebt bist. Du weißt eigentlich vom Kopf her, dass die Liebe Kraft und Energie gibt. Dann entscheide dich jetzt auch dafür. Ja, also das ist auch schon mal sehr, sehr spannend. Die nächste Karte möchte abwarten. Das ist ja natürlich klar. Das Herz sagt aber trotzdem noch, nee, ich sollte hier noch ein bisschen abwarten, um diese Herzensentscheidung zu treffen. Also dein Gegenüber scheint hier jemand zu sein, der hier ziemlich viel, oder ziemlich viel Geduld eben auch von dir abverlangt, obwohl der Kopf ja eigentlich weiß, was Sache ist. Ja, aber das Herz ist hier noch ein bisschen vorsichtig. Das Herz möchte hier schon irgendwie, ja, eine Herzensentscheidung treffen, sich auch für diese Liebe entscheiden. Aber das Herz sagt, Vorsicht, warten wir lieber noch ein wenig ab. Und dann haben wir, Gefühle sind noch klein. Also es kann auch sein, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, dass die Gefühle noch klein sind, ja, dass die noch wachsen müssen. Natürlich, Gefühle wachsen immer wieder mal. Mal sind sie weniger, mal sind sie stärker, ja. Aber dein Gegenüber möchte sich einfach hier auf Herzebene noch ein bisschen Zeit lassen mit dieser Herzensentscheidung, weil dein Gegenüber vielleicht das Gefühl hat, die Liebe ist nicht stark genug, ja. Ja, aber das ist halt so eine Ansichtssache, ja. Viele sagen, nee, es reicht einfach nicht für eine Beziehung. Viele sagen, ja, das reicht eigentlich schon, ja. Aber dein Gegenüber möchte mit dieser Herzensentscheidung einfach auch noch abwarten. Obwohl der Kopf eigentlich eh schon sagt, was Sache ist, dass das eigentlich das Richtige ist. Aber hier möchte dein Gegenüber einfach wirklich vom Herzen her noch ein klein wenig abwarten, wie sich die Gefühle sozusagen weiterentwickeln. Und da sieht man ja eigentlich den Unterschied zwischen Kopf und Herz, ja. Schauen wir uns jetzt an, was sich denn dein Gegenüber von dir wünscht. Das heißt aber nicht, dass du das dann auch tun sollst, ja. Das ist einfach das, was gerne dein Gegenüber von dir hätte. Denn du sollst ja auch nur das machen, was für dich auch stimmig ist. Die Liebe vertieft sich. Es ist eine Seelenliebe, Herzmensch und kein Interesse. Das ist interessant, ja. Dein Gegenüber wünscht sich hier von dir, dass du hier auch ein bisschen auf die Bremse steigst. Ja, vielleicht, also du bist hier der Herzmensch sozusagen, glaubst hier an die tiefe Liebe, an die tiefe Seelenliebe, bist vielleicht hier auf dieser Basis auch sehr romantisch, vielleicht auch sehr verträumt, aber mit der Karte kein Interesse, wünscht sich dein Gegenüber einfach, dass du hier davon ein bisschen weniger machst, ja. Einfach auch nicht zu sehr in Seelenliebe und alles ist eines und schon auch mal den Kopf einschalten, ja. Herzmensch sein ist ja auch gut, aber hier geht es ja auch darum, dass man zu viel Herzmensch ist und hier vielleicht auch mal auf die Kopfebene vergisst. Und deswegen wünscht sich hier dein Gegenüber, dass du hier einfach weniger Interesse darauf setzt, dass es hier jetzt unbedingt eine Seelenliebe, eine karmische Liebe, ein Dualseelenpartner sein muss, ja. Sondern, dass du hier davon einfach ein bisschen weniger machst, ja. Denn im Grunde ist es ja völlig egal, was es denn nun ist, ja. Und vielleicht drückst du hier deinem Gegenüber unbewusst den Seelenpartnerstempel auf, den Dualseelenstempel, wie gerne wird mit dem Wort um sich geworfen, ja. Und ja, da drängt man jemanden in eine Ecke oder in eine Schublade, das natürlich nicht jeder gerne hat, ja. Vor allem die, die sich mit diesem Thema nicht so gut auskennen, ja. Oder wenn es auch gar nicht die Dualseele ist, aber man bildet sich das halt einfach ein, weil alle davon ausgehen, das ist alles so romantisch und toll, ja. Und deswegen möchte hier dein Gegenüber, dass du davon ein bisschen weniger machst, ja. Denn im Grunde ist es ja eigentlich völlig egal, was es denn nun ist. Ob Dualseele, Zwillingsseele, Karma-Partner, völlig egal, ja. Die Menschen dahinter zählen. Und davon eben von dieser Einheit, von dieser Seelenliebe sollst du hier einfach auch ein bisschen weniger machen, sondern einfach auch ein bisschen mehr den Kopf einschalten. Was wird denn sein oder ihr nächster Schritt sein? Das sagen uns jetzt hier diese drei Karten. Seelische Verbindung, also dein Gegenüber setzt sich auch damit auseinander, fühlt sich sicher und Geduld. Man braucht Zeit. Also dein Gegenüber beschäftigt sich auch in Zukunft mit dem Thema Seelenpartnerschaft, ja. Wenn du hier ein bisschen weniger davon machst, kann dein Gegenüber hier sich ein bisschen für diese Thematik öffnen. Deinem Gegenüber wird es auch bewusst und er wird sich sicher fühlen, dass es hier eine Seelenpartnerschaft ist. Er wird sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen, aber dein Gegenüber braucht einfach noch Geduld und braucht einfach auch noch Zeit, ja. Aber wichtig ist, dein Gegenüber wird sich bei dir sicher und wohl fühlen. Er wird die Seelenpartnerschaft, das was euch verbindet, auch dahinter erkennen, aber dennoch hier ein bisschen Geduld von dir abverlangen. Also da geht es eben nur langsam vorwärts. Aber ich finde das hier wirklich auch auf der Ebene, was dein Gegenüber tun wird, sehr, sehr gut. Ja, das heißt, dein Gegenüber wird sich hier für Seele, für Seelenpartnerschaften, für Spirituelles hier einfach auch öffnen und hier auch, ja, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und das braucht einfach auch seine Zeit, ja. Jetzt haben wir gesehen, was sind die Gedanken, die Gefühle, was wünscht sich dein Gegenüber, was wird sein oder ihr nächster Schritt sein. So, bleibt jetzt nur noch die Frage übrig, wie geht es denn weiter? Und das sagen uns die unteren sieben Karten. Möchte einen Neuanfang? Nehmen wir gleich die nächsten Karten hinzu. Ein Stillstand tritt ein, ein Liebeskummer ist vorprogrammiert und man möchte ja hier, oder wir sollten ja hier die Karten im Kontext lesen. Das kann jetzt bedeuten, wenn ein Stillstand schon da ist, ja, dass im Stillstand ein Neubeginn kommt, ja, dass hier dieser Stillstand aufgelöst wird. Ist aber kein Stillstand zwischen euch, kann es sein, dass jetzt hier ein kurzer Stillstand eintreten wird. Das ist auch immer davon abhängig, wie denn eure Situation gerade ist, ja. Ist schon lange ein Stillstand, kommt hier der Neubeginn. Ist kein Stillstand, kann es eben sein, dass jetzt eben kurzfristig einer kommen wird. Ist aber nicht, muss ja nicht unbedingt schlecht sein, ja. Dann, die Liebe ist nicht echt, man täuscht sich. Das kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber dann, oder dass man schon das Gefühl hat, dass die Gefühle einfach nicht da sind. Aber wir wissen ja, dass die Gefühle da sind, dass dein Gegenüber hier eine Herzensentscheidung treffen möchte. Aber es wird jetzt eine Phase kommen, vor allem für die, die vielleicht jetzt noch keinen Stillstand haben, ja, dass das eben kurzfristig kommt und man vielleicht auch hier wirklich das Gefühl hat, man täuscht sich. Aber das sind dann oft so diese Prüfungen des Lebens, die hier einfach auch kommen. Oder, das war schon und es kommt in dieser Thematik jetzt hier der Neubeginn. Also bitte immer auch bedenken, in welcher Situation seid ihr und wie kann man das auf eure Situation umdeuten. Und jetzt möchte ich wieder den Hinweis geben, es ist eine allgemeine Legung. Diese Legung kannst du jetzt zum Sonderpreis für dich buchen und da schauen wir ganz speziell auf dich und deinen Gegenüber. Ja, denn das kann jetzt so sein für dich und deine Situation ist aber nicht notwendig, also ist nicht muss, ja. Und deswegen kannst du ja jetzt auch diese Aktion für dich persönlich buchen, denn das ist viel mehr wert für dich persönlich, für dich auf deinem Weg, als wie diese allgemeinen Legungen, ja. Die allgemeinen Legungen geben Tendenzen für die Allgemeinheit, können dir auf deinem Weg helfen, aber es ist immer halt der bittere Beigeschmack, es muss nicht auf dich zutreffen, ja. Deswegen gibt es ja immer wieder auch die Aktionen von mir, wo du mich auch kennenlernen kannst, deswegen mache ich auch immer so Aktionspreise, ja. Und ja, damit du auch hier den Zugang hast und für dich vielleicht auch einfach oder dir einfach auch mal eine Kartenlegung gönnen kannst. Schauen wir einfach mal weiter. Dann haben wir die Anerkennung. Also Anerkennung kommt schon auch hin und wieder, ja. Aber es kann durchaus sein, dass man hin und wieder auch das Gefühl hat, dass man sich täuscht. Dann, der Herr, der Herr schaut hier in die Anerkennung rein und da der Herr auch hier in diese Sache rein sieht, kann man schon auch sagen, dass dein Gegenüber oder ja, sagen wir so männlich wie weiblich, hier vielleicht das Gefühl hat, dass er oder sie sich täuscht. Ja, das kann natürlich auch sein, dass man sagt, nee, das ist alles zu schön, um wahr zu sein, das kann nicht real sein. Dann haben wir die Belastungen. Also es scheinen hier auch noch Belastungen im Leben deines Gegenübers, aber natürlich auch ein Stück weit für dich, ja, Belastungen da sein. Und das belastet auch hier der Stillstand, dass man das Gefühl hat, es geht nicht weiter, ja. Und man bleibt der vorhandenen Situation treu. Das heißt, in der nächsten Zeit bleibt man dieser Situation, in der ihr eben jetzt seid, vorerst treu. Das muss aber nicht Schlechtes heißen, ja. Denn wir wissen ja jetzt beim Schritt deines Gegenübers, er oder sie wird sich für das Thema Seelenpartnerschaft öffnen. Wir haben aber auch hier die Geduldskarte, dein Gegenüber braucht einfach noch Zeit. Und in dieser Situation, in der ihr jetzt seid, bleibt man vorerst, weil dein Gegenüber hier einfach auch noch Zeit braucht. Wissen wir auch hier bei der Herzensentscheidung, dass man hier noch abwarten möchte, ja. Muss aber nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Das ist einfach die Lernaufgabe für alle Ungeduldigen unter uns, ja, sich einfach auch hier in Geduld üben. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht weitergeht, ja. Du hast die Lernaufgabe der Geduld, dein Gegenüber hat die Lernaufgabe, diese Herzensentscheidung zu treffen. Und wenn beide ihre Themen angehen, ihre Lernaufgaben angehen, wird man sich in der Mitte sozusagen treffen, ja. Das muss jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist, wenn man jetzt dieser vorhandenen Situation treu bleibt. Das heißt ganz einfach, es sind jetzt wichtigere Themen für jeden persönlich, die angegangen werden müssen. Und dann kann man schauen, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt, ja. Also ich finde das hier jetzt nicht schlecht, ja. Nur weil jetzt hier man dieser vorhandenen Situation treu bleibt, heißt das nicht, dass es nicht weitergeht, ja. Es heißt ganz einfach, es sind jetzt persönliche Dinge, für jeden persönlich, persönliche Dinge zu erledigen. Und dann kann es weitergehen, ja. Aber partnerschaftlich mit deinem Gegenüber bleibt das jetzt vorerst so, wie es ist. Wenn ihr jetzt momentan eine schöne Phase habt, ja, kann es auch sein, dass das so bleibt. Oder es kommt ein Stillstand, das ist aber eine Lernaufgabe. Und dieser Situation bleibt man jetzt vorerst treu, denn wir haben hier zwei Geduldskarten, ja. Das ist immer auch sehr, sehr wichtig zu beachten. Dann schauen wir uns zum Schluss noch die Amorsbotschaft an. Ha, der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Dein Gegenüber ist dein Seelenpartner. Das wissen wir ja hier auch auf deiner Seite. Aber von diesem Seelenpartner-Ding, ja, solltest du hier ein bisschen weniger machen, ja. Dann kann sich dein Gegenüber für dieses Thema öffnen, denn er ist ja ohnehin dein Seelenpartner. Aber, dass du einfach von dieser Thematik jetzt auch ein bisschen Abstand nimmst, damit dein Gegenüber sich für diese Thematik auch öffnen kann. Denn wenn du von dieser Thematik zu viel machst, kann dein Gegenüber gar nichts mehr machen in diesem Bereich, ja. Das muss sich die Waage halten. Du mach weniger, dein Gegenüber macht dafür mehr und man trifft sich sozusagen, weil man ja ohnehin eine Seelenpartnerschaft hat. Also, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Freue mich natürlich, dass das hier so jetzt auch ausgegangen ist. Eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Potenzial. Und ja, vielleicht möchtest du diese Legung auch für dich nutzen. Nutze jetzt einfach die Aktion. Ich weiß nicht, wie lange ich sie jetzt noch mache. Sie bleibt jetzt einfach mal auf der Website stehen, bis ich den Impuls habe, dass jetzt eben die Aktion beendet werden soll. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich, wie gesagt, bin ab kommenden Samstag auf Urlaub. Und ja, wichtige Informationen zu meinem Thema Urlaub habe ich ein Video gestern gemacht. Da sind wichtige Informationen für euch, die jetzt alle betreffen, die wirklich hier Legungen bei mir buchen wollen oder Legungen auch schon gebucht haben. Ja, da findet ihr alle Informationen. Ich freue mich, wenn ich wieder frisch und munter nach meinem Urlaub zurückkommen kann, wieder für euch da sein kann. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Alles Gute!